Will sich ehrlich niemand um den Troll kümmern? Das ist doch lächerlich. Ich sollte den Tempel auch mal abrufen, dass ich den Windzauber habe. Dann könnte ich nämlich einfach das Ding da mit Wind wegpusten. Ein Zwerg. Ja komm, ich warte jetzt nicht länger. Ich bilde einen neuen Paladin aus. Oh, ich lösche diesen Reward. Ich habe Worte zu tun. Soverein, ein Gebäude hat sich aufgerichtet. Lass Agriela helfen. So, Geld kommt rein. Ein Live-Movie wird abgegradet. Der Tax-Collector ist tot. Okay, hat sie gerade aufgelöst. Überlebte mal wieder. So schwach war er nämlich nicht. Schön, dass das da keinen Schaden verursacht. Du erkundest. Ein neuer Hero hat auf der Embassy gekommen, mein Liege. Oh, was? Ich serve mit Freude. Ist ja interessant, dass der mir eine Discord-Warrior gibt. Na, versuchen wir mal hier oben. Gebäude loszuwerden. So, ich habe wieder Paladine. Ja, hier in den beiden Gebäuden fehlen mir jetzt noch Leute. Das Problem ist, sie sterben teilweise viel zu schnell weg. So, ein frischer Market Day. Es wird eigentlich jetzt nur noch der Doros-Tempel zum abquälen. Was können wir machen, wenn wir etwas mehr Geld haben? Was auch immer ihr euch da denkt, dass ihr da dauertreiben müsst. Ein Level-1-Paladin, den rekrutiere ich frisch. Ganz ehrlich, ich mache das hier noch ein bisschen dichter. Ich frage mich, ob ich die Embassy schließen soll und die beiden Templer einfach leer lassen. Was ich auf jeden Fall versuche, ist hier heimlich mal einen Turmdinger in die Richtung zu bauen, damit ich das Goblin-Camp einreißen kann. Wenn mir der Untote hier nicht jetzt gleich den Turm einreißt. Nein, tut er nicht. So, arbeiten wir uns mal hier ein bisschen durch. Ihr Majestät, ein neues Gebäude ist complete. Ihr Majestät, ein neues Gebäude ist complete. Und dieser Tower-Sitzung bleibt nicht teuer. Ich glaube, ich brauche da nur noch einen. Dann kann ich nämlich mit dem Super-Charge-Zauber die Reichweite erhöhen und das Goblin-Lager einfach über den Jordan schicken. Ich brauche DOROS! Ein neues Heer-Hero hat auf der Embassy gekommen, mein Liege! Ich brauche DOROS! Ein neues Heer-Hero hat auf der Embassy gekommen, mein Liege! Ihr Majestät, ein neues Gebäude ist complete! Ja, mit dem Overdrive, also... Super-Charge reicht das dann. Sobald ich das Goblin-Lager los bin, wird es von der Seite auch etwas entspannter. Ja, da geben wir das Geld aus. Aber wenigstens haben die Phantome keinen so großen Drang, die Dinger einzureißen. Keine Geld, wer habt's? Ja, sie reißt jetzt tatsächlich... Oh, das ist schlecht. Oh, aber sie zieht sich schon wieder zurück. Das ist gut. Ein neues Heer-Hero hat auf der Embassy gekommen, mein Liege! Ah, du hast deine ausgeschaltet. Sehr gut. Kastar muss jetzt als nächstes weg. Oh, was ist denn? Please, DOROS! Omnia, Omenanio! So, jetzt haben beide... ...weitläufer mehr Freiraum zu erkunden. Ja. Wir werden aber auch mal Erkundungsflags aufstellen, der ein bisschen wahrgenommen werden können, hoffentlich. Ein neues Heer-Hero hat auf der Embassy gekommen, mein Liege! Aha! Dich! Dich! Sobald ich das Geld habe und du dadurch verschwunden bist bis dahin. Bei Level 5er marckherr würde ich ungern aufgeben. Oh ja Was ist das? Was ist das? Einen wunderschönen Wunderschönen Der wunderschönen wunderschönen Ja, das Goblinlager, da macht mir immer noch ein bisschen Probleme Ich brauche aber wieder mehr Geld, um das wieder hinbringen zu können Vor allem, weil die Phantome mir auf die Nerven gehen da unten Und ich gerade keine Steuere eintreiben, aber hab die Geld eintreiben Was zur Hölle? Wo seid denn ihr? Oh So, ein Adept wurde ausgebildet, das war der hier Und damit müssen jetzt alle Gilden voll sein, ja Wie gesagt, ich habe gerade echt ehrlich das Problem mit diesem Phantomen Was passiert, wenn ich dich jetzt harnze? Du machst keinen Schaden bei denen Hm Was auch immer hier oben ist, sieht wichtig aus So Das war mein Vagiaturm Wenn ihr schon da unten unterwegs seid, dann könnt ihr den auch ruhig einreißen Hunting Aha Das einzige Problem ist, die Phantome bleiben nicht tot Es sind nur drei Stück, das macht das ein bisschen angenehmer Oh ja, da ist einer Oh Wollte ich mir ernsthaft sagen, ihr habt Angst vor ein paar Goblins Woher habe ich mir mein Schaden aufbauen? Wie ist das so? Oh 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 So So Du machst noch Das leer kaputt Da haben wir von der Seite auch endlich Ruhe Ganz ehrlich, können wir eigentlich das Sorcerer's Boat bauen? Ja, können wir Ein Level 3 Mage ist jetzt nicht so die Welt Den kann ruhig da die Embassy ersetzen Aber das Sorcerous Abode hätte ich gerne noch irgendwo Hingepflanzt Eigentlich nicht außerhalb Wobei in dem Gefilde ist es ja eigentlich jetzt recht ruhig geworden Deswegen kommt es da hin Und um es ein bisschen zu beschützen Kommt da am Bannisterturm hin